Gude, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Donnerstagabend, super Angebote haben wir wieder reinbekommen, aber wirklich gute Angebote nach diesem Scheißwetter die letzten zwei Tage. Das ist nichts für uns alle, deswegen holen wir jetzt mal hier vernünftige Preise raus, damit sich das Warten gelohnt hat. Heringsfilet tiefgefrohen, 1000 Gramm Blüte, 1 Euro nur. Berliner, 6 Berliner hier für 2,22 Euro, gefüllte Berliner. Tiefkühlpizza, Topmarkenpizza natürlich, aber sehr sehr schön, verschiedene Sorten, 1,59 Euro, Dauerpreis bei uns. Es gibt die luftgetrocknete französische Edelsalami, Knochenhart Salami Pur Pork, Kilogramm normalerweise, 1,99 Euro, wir haben hier das Kilo für knappe 4 Euro, Stück für 2,99 Euro, wahnsinnig weiß und eine tolle Salami. Kutscher Mettwurst von Haraiku, 250 Gramm für 2,99 Euro, die ist auch sehr gut. Wir haben hier Topmarken, Frischkäse für 88 Cent, das gleiche von einer anderen Topmarke für 1 Euro. Rana Pfannen, Knöckis in verschiedenen Sorten für Knallerpreis 1,29 Euro, Weichkäse 200 Gramm, Topmarke 79 Cent. Leerdamer Scheidenkäse, Hammerpreis 1,99 Euro, weiter geht's, Bidibell im Sechsernetz 1,49 Euro. Und für unsere Sportler und für alle, die es werben wollen, Gerwes Hüttenkäse mit viel Protein für 49 Cent, Toppreis. Almette Frischkäse für nur 88 Cent, für die veganischen Freunde, die veganer Freunde hier, der Mühlenaufschnitt 59 Cent, Tomate, Mozzarella, Tala ebenfalls vegan, 750 Gramm 2,99 Euro. Und vegane Schrimps von Vicky, die kosten normalerweise 4 Euro, 1 Euro nur, vegane Schrimps, veganer streichzarter Aufschnitt, Aufschnitt, Aufstrich, 250 Gramm, vegan 1 Euro. Und die Mühlen-Snacks im Brotteig, der Dreierpack, 1 Euro nur. Wir haben MHD-Knappe-Ware, das ist sehr gut, denn der Preis ist auch sehr gut. An der Ware ist nichts dran, ihr könnt sie noch aufheben oder auch einfrieren. Sennel-Knödel, Knödelinos, 49 Cent von Burgings. Tomaten-Ketchup von Knorr, 49 Cent. Und Elinas-Kokoslimette-Joghurt, 4er-Pack griechischer Joghurt, 49 Cent, nur solange der Vorrat reicht. Puten-Lachs-Fleisch, jetzt geht es wieder weiter mit gutem MHD. Das waren jetzt nur die drei Artikel, wo das Datum jetzt erreicht ist. Puten-Lachs-Fleisch, 250 Gramm, sehr schöne Ware, 1,99. Haraiko-Bauern-Mettwurst geräuchert, 80 Gramm. So eine Packung kostet normal 1,99, 69 Cent. Snack-Salami, Rindfleisch, halal, 150 Gramm, die kosten normal 2,99, 99 Cent. Adland-Leberwurst, 500 Gramm, kleine Portionen, das ist sehr gut, die könnt ihr aufheben. 2,99, für ein halbes Kilo Leberwurst. Knabbermich ist wieder da, für 1,79, wie ihr habt, alle möglichen Sorten. Beefy-Salami-Brot für 1,11 Euro. Beefy-Roll im 3er-Pack. Beefy-Ordinal im 6er-Pack, jeweils 1,99. Nochmal da, oder wieder da, Linkschokolade, 300 Gramm, statt 4,99, 1,99. Lindor-Pistazie, die wahrscheinlich beste Sorte, 200 Gramm, 2,99. Wir haben einen Hammerpreis, Dickmanns-Berliner, 1,11 Euro, statt 1,99. Mr. Tom, 1000 Gramm, da sind 30 Stück circa drin. Das sind für 7,99. Es gibt wieder die Sammeltassen von Ferrero Kinderschokolade, in vier verschiedenen Motiven. Sind ganz toll dabei, mit Schokolade drin. Und die Tasse 5,99, das lohnt sich. Und hier nochmal ein Knaller zum Schluss. Massimo Trinkschokolade, oder Trinkschokolade weiß, für jeweils 1,11 Euro. Das ist halber Preis. Und die Cappuccino, die Einzeltassenportionen hier. Wieder Melange, das ist weniger süß und cremig-zart. 10 Tassenportionen drin, nur 1 Euro. Das gibt es nur hier bei uns im Lagerverkauf Freilinger, in der Marburger Straße in Gießen. 127, 35306 Gießen. Wir sind da Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Und schaut auch in unseren Online-Shop rein. Wir haben wieder ganz viele Neuigkeiten für euch da. Und es lohnt sich, alle mal reinzuschauen und hier vorbeizukommen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ihr Lieben. Macht's gut, euer Benni.